so ich habe gerade gesehen dass die aufnahme abgebrochen ist schon wieder zu wenig speichert also ein bisschen blöd naja meine externe geht langsam vor die runde alles voller straße alter junge was ist denn los ich will keinen strauß ich bin panda wolf wölfe sind eigentlich ja ich muss wieder werfen machen forschung abgeschlafen super jungs super so einfach mal die die krankheiten und so weiter pendelt ja hohe auslastung und pendeln das hat keine hohe auslastung gut dann würde ich sagen haben wir die die wölfe die frage ist wo haben wir die hin also momentan sieht ja ziemlich gut aus wir bekommen ja 10.000 das heißt wir könnten rein theoretisch hier hatte wo es denn nur wo ist norden süden westen osten kann man das hier sehen weil dann dann würde ich hier da muss ich halt hier neue gebäude hinsetzen ich glaube die kosten nicht oder jährliche betriebskosten betriebskosten gesamtkosten ja doch die die kosten auch aber erwarte ich schon mal kurz ob ich nur hier irgendwas so hier könnt ihr mal spielen wie sieht es jetzt aus soziale gruppe platz die hegel grüße die von schon wieder mehr als wasser haben was soll ich das so diese links ja aber es fels ist zu wenig fels ist zu wenig dann genau wie gesagt dann würde ich sagen dass ich sagen würde entschuldigung er hat dann geht es hier richtung norden warte warte wo geht die soll nein alter nein was soll das jungs 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 dann mache ich halt das größer meine güte und das da geht dann meine güte wenn die das sind jetzt um es würde mich jetzt 4000 kosten gerade kann ich es mir ja leisten so was machen die armen die sind jetzt voll allein jetzt halt so egoisten zum 1 zum klicker sind die nicht so stressig wie die flammen mongos nein das machst du jetzt nicht ich dachte wirklich dass die jetzt nur rausgebuchst sind weil stabiler rückzug anzugsort ist jetzt bisschen zurückgegangen ja ich kann halt hier nicht eine hecke machen weil sonst zieht man das ja nicht was ich aber machen kann ist glaube ich falsch falsch das ist klar tschuldigung tschuldigung ähm warte ich mach mal pause ähm vielleicht kann ich hier äh länge warte höhe warte nee vielleicht kann ich hier ein spalten machen äh so ja cool das das geht ah ok alles klar gut so und den jetzt klein machen so dann kommen sie wieder sie sind nicht mehr so beobachtet und können aber auch nicht rausbringen warte da geht die sonne auf auf das süden ja weil jeder weiß dass im süden die sonne aufgeht also dann ist da norden und hier bei uns ist süden uiuiui ok dann dann müssten wir hier die wölfe machen und hier dann das große gehege von ähm mit den ganzen südtieren ok ähm dann würde ich sagen fangen wir jetzt mit den afrikanischen tieren an ähm aber ich ich verbinde dessen und nicht warte ich mach mal so so äh äh 1 am 19 ausgaben 10.000 gut es könnte halt wirklich sein dass ich ja jetzt wieder ähm das ganze verhau weil ich hier so ein ich 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 erzähle euch mal was ich vorhabe also ich will hier äh so so eine kreuz zu machen äh links und rechts geht dann geht es ganz normal weiter und hier geht es in tunnel das habe ich ja äh bei einem äh typen gesehen das äh ist ziemlich cool da geht es eben runter und dann hier hoch und dann ist hier so eine insel äh mitten im wasser und dann hier rundherum ist dann noch ein fettes gehege das ist eigentlich eher richtig cool das mag ich sehr will ich auch auf jeden fall mal probieren so das heißt wir machen jetzt mal holzzaun also das ist erstmal so dass der grundgedanke ja das ist hässlich so so ja es sieht fast fast geplant aus also ähm ich will das so machen dass dass man hier rein kann äh und hier sind die ganzen steppentiere und hier sind so löwen und was weiß ich dann dann wäre es glaube ich äh besser wenn man deshalb von anfang an trennt warte so wenn es dann von anfang an hier so eine barrikade ist so und dann hier drüben so und dann hier drüben geht es dann mit den ähm ja fleischfressern weiter die brauchen ja nicht so viel was eigentlich echt komisch ist so und dann geht es hier in die mitte so dann machen wir hier die mitte mal weg so nur den den anfang so dann äh gelände warte da kann ich ja gleich den weg machen weg äh das sieht so bescheuert aus so und jetzt um geht es hier runter warte 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 ne ich fand das ist die breite das soll ein Meter sein das ist doch kein Meter so und so irgendwie und hier geht es weiter aber nach unten äh Tunnel blockiert ah ja ok so so hier geht es zum wieso fehlgeschlagen der rabearbeitung wäre uiuiui äh wieso warte mal ähm Tunnel weg stützen ich habe auch Tunnel angemacht abflachen ähm und in Lande an nun hmm n n und n vielleicht n vielleicht muss ich zuerst hier Tunnel graben also oder wir sollten so was einfach mal anfangen oder ich weiß es nicht irgendwas blockiertes aber ich weiß nicht was du hast die erlaubnis alles weg zu rammen Gelände abflachen Tunnelwegstützen gebogenes Gefälle mit Brotstein hat nichts damit zu tun Warteschlange an Gelände an erhöhten an Barriere ausrichten die Grunde ich schaue mal einfach hier wieso geht das hier da geht das ganz normal vielleicht weil das hier so blöd ist so ah jetzt hat er ok so jetzt bitte gerade und jetzt machen wir hier so so ein rundum Ding mit Holz Holzbäger ganz cool aber jetzt ohne Geländer und ohne Tunnel genau und so warte und jetzt Raster so er jahre und eben für den Platz ja dann dann doch mal ab zu ohne eben durch das heißt ja auch auf jungen dann hier hat es geklappt aber hier nicht so mal schauen nehmen wir noch nicht warte formfehler warum denn was ist hier los diese warte ich glaube ich weiß was los ist ich mach mal geländer warte würfel mach ich mal hatte größe genauso nicht ich wollte dass du den weg machst hat man füllen so genau und jetzt das alte sieht ja jetzt noch blöd aus aber so hat der dud gemacht und ich hoffe dass dass ich das jetzt auch so hinbekommen wie der dud aber ich bezweifle es aber egal hatte mache ich die noch mal weg sagen genau geländer genau wieder ein bisschen tränen das sollte er ist jetzt tiefer der macht es jetzt ganz tief jetzt wieder füllen Uiuiuiui wieso mache ich das eigentlich so ja bisschen bisschen tiefer kann es schon sein so äh ne du das heute ist eigentlich ich habe Ähhh.... So. Okay, okay, okay. Bis zum nächsten Mal.